Am 24. August gab es am Ende eines Hochsommertages ein schönes Feuerwerk an der Steinburg zu sehen. Der Anlass war vermutlich eine Hochzeit, jedenfalls ist das häufig der Anlass dazu. Grün erleuchtet sieht man rechts die Kamine vom Heizkraftwerk, links natürlich noch die Festung und hier schön in der Mitte das Feuerwerk in ein paar Kilometern Entfernung an der Steinburg. Die Treibende Untertitelung des ZDF, 2020